Okay, das sollte reichen. Oh, da war keine Hass drauf. Dann mach du nochmal Hass. So, damit haben wir schon mal die Feuer besiegt. War hier nicht gerade ein Fragezeichen? Ja, gut. Ja, er hat's erwischt, aber ordentlich. Ich gehe, wohin ihr wollt, wenn ihr mich von diesem verfluchten Sonnenlicht fernhaltet. Ja, das heißt, wir brauchen wieder eine Rast gleich. Wobei, wir können ja mal in Eis reingucken. Ach, das war nicht Eis, das war Luft. Okay, ich kann ja auch. Natürlich, Zauber benutzen. Ich habe ja hier noch einen Kettenzauber. So, gucken wir mal, waren das die einzigen hier? Jopp. Ihr braucht nur zu fragen. Also, wir können einen Quicksave machen und hasten. Okay, oder auch nicht. Oh, eine Verschwimmschriftrolle. Nee, auf euch habe ich jetzt keine Lust. Gut. Wie kann ich helfen, wie ihr wünscht. Ähm, wieder heilen. Don, hau einfach mal zwei weg. Du hast mehr als genug davon. Glauben. Ja. Ja. Was? Ja. 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 Ah, jetzt kommen Schleime. Den da und den da, fertig. Stärke aufgegeben, Vera Kraosschild, Vera Steinhardt, Verteidigungs-Koordination. Passt. Worum geht es diesmal? Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. So, dann noch hier einen von denen. Wie ihr wünscht, ihr braucht nur zu fragen. Spaltungsschleim. Ja, Spaltungsschleim. Ja. Wie ihr wollt. Ja, der Spreitungsschleim, gut, der Spreitungsschleim war dieses Mal recht einfach, dadurch, dass ich viel Feuerpower hatte. Wortwitz war nicht beabsichtigt. Aber ja, ich hatte auch schon Durchgänge, wo ich fast keine Feuermagie hatte, weil ich ständig drauf vergessen habe. Und dass es dann ewig gedauert hat. Was ist es diesmal? Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Ihr habt geläutet? So, und jetzt kommt das Schlimme. Jetzt werden wir nämlich instant zum Schachbrett geportet. Und wir haben keine Türme. Willkommen zum Schachspiel. Ihr habt gerade den letzten der vier wesentlichen Wächter geschlagen und das ist nun eure nächste Station. Ich hoffe, der Aufenthalt in meinem Turm hat sich bisher angenehm gestaltet. Aber falls ihr euch langweilen solltet, gibt es immer noch dieses Spiel sozusagen als besondere Würze. Ihr müsst euch bei dem Spiel jedoch an einige Regeln halten. Die erste ist, dass ihr auf euren entsprechenden Feldern bleiben müsst. Euer König kann von seinem Feld nicht fort. Euer Königin kann sich auf jedes Feld bewegen. Der schwarze Läufer muss auf den schwarzen Feldern bleiben. Der weiß auf den weißen. Die Pferde beginnen beliebig ziehen. Wir kommen jedoch öfter mal was ab. Wenn ihr auf einem Feld zieht, das für euch nicht zugelassen ist, wird euer Vergehen mit einem Blitzstrahl gestraft. Und denkt daran, wenn ein König fällt, ist das Spiel aus. Ja, bin ich froh, dass ich der König bin in meinem Fall. Wie bedauerlich, dass euer Leben nur so kurz war. Also eine Verteidigungskoordination hier. Äh. Gut, ich kann hier nicht rasten, oder? Doch, ich kann hier rasten. Gut. Ich bin von edler Abstammung. Also, um es zu sagen, Dawn und Nera können ziehen, wie sie wollen. Der Rest kann es nicht. Deswegen beginne ich meinen Zug. In dem Nera ist einfach mal verkackt. Oh, das wird alles zum... Äh, nicht gut. Geh. Aha. Ja, so können wir... Kriegen wir das hin. Was ist es diesmal? Gehen wir ein bisschen schummeln. So, wir töten gerade alles Mögliche. Ja, ich bin auch gerade ein bisschen Dame. Bleib zurück und geh dacht. Das wird kein schneller Tod. Ja, mein Schatz. Wie kann ich helfen? Ich bin die Domi. Ihr habt geläutet? Das geht ja hauptsächlich darum, den König zu töten. Gut. Gucken wir mal schnell, dass wir einsacken, was er so einzusacken hat. Sagt an. Ah, da ist noch schönes Zeug. Versuch, Schritt zu halten. Achso, wir können eh dann hier raus. Gut. Was haben wir denn hier? Wieder Betäubungspfeile. Kleiner mittlerer Schild. Der Kegain überlädt. Definitiv zu viel Geduld zur Hammer. Meisterstärke? Oh, macht vor Zoffnungslosigkeit. Das ist immer gut. Rand der Welt ist ne plus dreier Klinge. Back again. Ja, einigermaßen okay so. Also nicht Kegain, sondern Dawn. Sprecht und verschwindet. Ich spreche so sinnlich. Ich spreche so sinnlich. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ab jetzt gibt es übrigens dann auch kein Zurück mehr. Ich höre zu. Ich höre zu. Wie kann ich hier raus? Nur zu dran. Wie ihr wünscht. Du Lack-Treutöter. Ihr seid recht weit gekommen. Nicht viele überleben, um zu berichten. Noch weniger leben und kommen frei. Ihr seid noch lange nicht fertig. Ich habe hier noch viele Überraschungen. Sucht nach der Richtung an diesem Ort, wenn ihr den Pfad versteht. Wenn ihr den Ablauf der Dinge versteht, werdet ihr weitergehen können. Ihr müsst es wert sein, dem gegenüber zu drehen, was euch erwartet. Hier gibt es unvorstellbares Übel. Ihr müsst die neuen Eindringlinge hinauswerfen. Das ist ein nivelvollziehender. Untertitelung des ZDF, 2020